Jetzt gerade Wir können theoretisch hier hin, aber Wir sind halt in der Mitte, middle of nowhere, ne? Kommt nach Kerkiflen Obwohl, die laufen halt hier eh vorbei Machen wir das doch nochmal Ich wollte nicht fast traveln Ah, warte Scheiße Okay, das ging irgendwie Gucken Nice Nicht unterbrochen worden Fast, schnell traveln Schnell reisen Doch besser? So, was sollen wir jetzt hier machen? Note that all All the writing on the grounds pedestal Okay, hier haben wir Äh, zwei Quests Crown room, hier ist die library Hier soll irgendwo Was soll hier sein? Nee Hier Search the towers library Und wat? Return the amulet Ah, warte mal Hier, oder was? Ah, hier Questmarker Hier Kann man noch Hier Sockern Kamen Die spinnies Äh Ah Äh Nice Da ist es wahrscheinlich Jep Wow Ich hab mich erschrocken Okay Oh boy Können wir da hoch Nope Ja, ich möchte mich unsichtbar machen Gerne hier hin Äh 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 Weit weg Natürlich Zu weit weg Freedom of movement Freedom of movement Mmh Blessen wir uns halt mal Natürlich können wir wieder nicht Es ist Oh Out of range sein ist so ein So nervig Jo Jo Hm Gegen sind die wohl schlecht Balle einfach mal Feuer auf den Ui Die haben viel XP Äh HP Ach du scheiße Okay Plus acht Angriff Wir müssen den jetzt hier angreifen Junge roll doch nicht Scheiße Immer Okay Fast tot So Oh 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 Das war ein Glück Hütt Tch 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 Ja, treffen alle. Das Fies tot. Ah, hier hätten eh kein Fury anmachen sollen. Warum kann man da nicht mehr angreifen? Das ist halt scheiße irgendwie. Okay, zum Glück trifft nicht. Ja. Okay. Okay. Äh, hallo Freunde. Komm, wir blenden die mal. What? Ich habe das nicht verstanden. Wir können halt uns nirgendwo in Shadow dodgen, Alter. Ich würde jetzt mal überhaupten, der stirbt, der Junge. Wir können disengagen. Tanja ist dead. Tanja ist dead. Ja, geil, natürlich. Warum können wir das Target nicht rechen? Müssen wir daneben stehen. Und tschüss. Und tschüss. Wir heilen sie. Ja, wir sterben wahrscheinlich. Aber wir kriegen halt nicht viel Schaden wegen Uncanny Dodge. Okay, können wir aber nur einmal machen. Die greifen zweimal an. Kann sie auch nur einmal. Ehhh. Oh, Mann. Ja. Ja, greift dann an. Ich will wieder zu uns Yes Danke Okay, mit dir Wir nekrotisieren den Wie viel Schaden hat er Können wir jetzt beide treffen Oder nicht Och man ey Warum jetzt Jetzt treffen wir beide Resisted lightning damage Okay Verstehe Wir haben hier wieder vergessen Again Fury zu Benutzen Eigentlich ihn töten Aber geht Wir kommen da nicht hin Jawoll, alter Okay Einmal Jawoll Wir sterben nicht Weil wir jetzt einmal Ankenn die Deutschen machen können Auch wenn er trifft Jawohl Jawohl Den er gleich macht Hebt man sich das natürlich auf Äh Ja Wir hauen drauf Ja AC haben wir noch nicht Okay Das war's Weil du so viel Schaden machst Nekrotisieren wir nochmal Tot ist er nicht glaube ich Aber Fast Genau Du So ja Du schockst ihn Wenn das nicht viel Schaden macht Aber Du musst hier weg Können wir da Nee Ist mal hier hin Also kann er ja kein Tag of Opportunity machen Bitte hau ihn weg Ey man Der würfelt so scheiße heute Könnte sein Dass unser Schurker noch stirbt Aber Wir können jetzt nichts mehr machen Ne Er stirbt nicht Doch Genau 15 Schaden gemacht Weil er gekrittet hat Der Spacko Dann halt nochmal Und auch nochmal schocken Und wieder abhauen Komm Schon wieder eine 2 gewürfelt Nicht tot Okay 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 Ja Er ist in doch Äh, du. Ja, wer weiß. Wer weiß, was gleich noch kommt. Machen auch nochmal einen Short Rest, würde ich sagen. Mindestens. Acid, Magnesium. Säure und Magnesium. Das haben wir genommen, ja. Brown Room, bitte. Das war's schon mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Checkt doch mal meine, äh, anderen Kanäle ab. Hier? Äh, und überlegt euch ein Abo und ein Like da zu lassen. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. 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 '